Ich hab noch den Zwischsturm, das ist wie in den Knochen. Knochen, in den Knochen. Ich hab ganz, ganz schlecht geschlafen das ganze Wochenende. Immer wirklich, bis 2, 3 war ich immer wach und ich hab wirklich 7.30 Uhr in die inneren Wecker. Immer, jeden Tag. In die Melatonin? Ähm, ja, im Zweifel gab es so, aber... Manchmal wach ich dann morgens auf und bin müder als... Ja, dann darfst du, dann musst du die Dosis ein bisschen verringern, was hast du gedacht gemacht? Äh, die Dosis verringern. So ein Sprüher weniger. Ja gut, ich hab kein Spray, ich hab so Drops. Hast du? Ja, dann nimm einen Drop weniger, hör das gleiche raus. Ja, dann nimm mal einen... Oh. Dann ist vielleicht wirklich zu hoch konzentriert. Ja, oder kann aber vertragen oder so? Nein, das kann nicht sein. Melatonin ist für jeden absolut verträglich, es ist ne super Sache. Mit Code King fail. Mit Code King fail. Ja, das soll ich kenne eigentlich. CBD, ist CBD nicht sogar so semi... Äh, what? Hä? What?! Er hat auf einmal einen 4 mit Schallempf in der Hand, das sah richtig verrückt aus. Benutzt einer von euch, äh, Melatonin-Chat? Komm mal her, Schätzelein. In den Arsch. Boah, rote Punkte. Boah, er hat mich so weggesniped. Samisniped. Arschloch, Arschloch. Wir müssen... Weißt du, wir haben bei der Gamescom alle nur eine einzige Aufgabe, nicht am Donnerstag abstürzen. Das ist das Wichtigste. Glaubst du, wir kriegen das hin? Ohhhh. Warte, ich werde schon mal leben. Äh, nee, er slibt. Das gehen wir hin. Hauptsache, wir gehen Donnerstag nicht in Sausalitos. Lass mal Donnerstag in Sausalitos. Landkraft komplett. Es müsste noch... Es müsste im Archiv noch den Instagram-Livestream geben. War ne super Idee. Ach, deshalb sehe ich den, weil er da durchguckt. Oh mein Gott. Ich bin drauf. Mann, zu zweit. Wahrscheinlich. Digga, die haben sich so abgesprochen. Ich stand, äh, 10 zu 0. Ich bin sie so abgesprochen, dass sie zu zweit einfach pushen von verschiedenen Ecken. Keine Chance, sie zu holen. Gab es eigentlich schon sowas von 30 zu 0? Nein, ich werde noch nur einen Headward drücken. Wie geil ist die AK? Ja. Wenn man die Codes, die man hier bekommt, auf Xbox einlösen. Bitte lest sie einfach aus. Zeichen Code in den Chat. Warte, steht doch auch so im Titel. Nein, wo sind die denn? Ach man. Ich hab... Mann, ich hab so schön an der Stellung meinen Nebel platziert für 200 Leben. Und hatte die P90 in der Hand. Vollgeladen. Und drei Gegner waren vor mir. Geh ich wieder um die Ecke, alle tot. Schade. Ey, wo fang ich denn hin? Ey. 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 Oh mein Gott, auf die Distanz. Digga, wir haben diese Gurms hier. Ja, ja, ja. Weiter, immer weiter. Oh, tot, tot, tot. Ich habe eine Schild da wieder. Ich habe eine zweite Weben. Ich mache eine Hilfe. Nice. Ich habe den am Schild. Einer rechts noch, zwei rechts. Oh mein Gott. Der letzte Kugel. Noch einer rechts. Der hatte sogar so nah, glaube ich. Oh nein. Oh mein Gott, kracher. Okay. Mods, erinnere mich schon nach der Runde, dass ich einen Clip mache für die P90. Die ist insane. Oh mein Gott, was mache ich hier? Digga, was passiert hier? So, mir kracht es wirklich gerade komplett. Ich müsste hier hinten über den Hill spawnen. Angst, du hast jetzt gleich alle um mich rum spawnen. Ach nein, und dann snipet er mich. Ich war so auf Street. Holy shit. Oh mein Gott, Gott sei Dank hat er mich gebeten. Nein, als ob er mich piekt. Moin Monkey, wie geht es dir? Alles gut? Äh, Schild in Höhe. Mhm. Sniper rechts, glaube ich. Sniper da oben. Nein, er ist auch so umgelaufen. Alter, Chat, das ist so intens gerade, oder? Holy shit. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus hier. Das ist viel zu open. Nein. Bin zu lange im One-Shot. Oh mein Gott, was ich überlebe. Oh mein Gott. Skopper. Oh mein Gott. Wo spawnen sie? Andere Seite, okay, ja, 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 ja. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Nein, zu gierig, Stinke, zu gierig. Fuck. Ich bin safe, zwanziger plus gerade. Nein. Gierig, gierig, gierig. War auch gierig, sei auch gierig. Richel, danke. Ich bin endlich tot. Nein. Ich glaube, ich müsste, ich müsste einen Yook gemacht haben, maybe. Ich stehe, also ich war 45, 5. Muss einer mal nachzählen. Was für eine Streak hatte ich? Wollen wir nicht wirklich mal die Storm-Shots? Und bei 30er bin ich höchstens vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass 5. Stimmt brutal oder so. Naja, kann schon sein. Nice. Boah, Digga, das war insane, die Streak. Das war wirklich insane. Das ist, also hier merkt man halt, dass es doch kein SWM gibt. Ja, ja. Boah, fuck, nein. Die haben gleich 200. Ja, ja, haben die auch. Nein, ey, als ob die da hängen geblieben ist. Ist das dumm. Nein, ist das dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wuh. Hilfe. Das war gerade so eine geile Dinge. Das ist wirklich traurig, dass es vorbei ist. Nein, Chat-Nachricht. Ich habe da so viel Kratzer als Windpumst, GG. Nein. Gestern hat einfach bei Kayser einer gesagt, du spielst das gleiche Spiel wie dieser Kickfiller. Warum sieht es bei dir so schnell aus? Dann habe ich meine Sensi hochgestellt. Das war mir zu viel. Das hat das hier gekracht. Die Runde geht noch ein bisschen. Na ja. Ich muss nur noch ein Packets zu machen. Nein, 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 nein. Und dann das Shit, Bro. Das ist ja so schnell auch platziert. Fass es ja nicht. Nein, zu gierig, zu gierig. Warum bleibe ich nicht bei meinem 200-Leben? Oh, es kracht. So wie wir auch beide kommen, reden. Ja, ja. So, wirklich gerade abnormal. Nein. Steps. Oh, nein. Oh, ich laufe in seine Nähe. 15 Leute peiken. Oh mein Gott. Und Sonar, die haben Sonar. Pass auf. Nein, ich bleibe hier hängen. Wo bleibe ich denn hängen? Fuck. Jäger, unser Team carried auch so hart, dass die Runde weitergeht. Oh, jetzt sind wir uns beide gegenseitig. Scheiße. Ja, ich habe es gesehen. Und wenn ihr sie konnte früher draufschieben, hätten. Nein, ich bin tot schon wieder. Ja, ich bin tot schon wieder. Oder so was. Nein, also die Bulle verlostet hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, die... Also. So eine geile Runde. Digga, es ist geistesgestört gerade. Also wie viel Spaß ich hier auch habe. Holy shit. Es ist so erfordernd hier aber auch in live zu stayen. Ich weiß echt nicht einfach, dass hier mit dem Mut und alle möglichen hier um und dran ist. Nein, der kommt wieder rein. Fuck. Nein, aber der Schildtyp ständig stellt dir dieses Bastard-Schild hin. Ich glaube ich auch ab, ey. Ich habe 200 Leben. Nein. Nein. Ach, ey. Eine Millisekunde länger. Ich hätte den Leben gehabt. Oh. Was hat der gestürzt? Oh nein. Assist. Wo ist ja gerade so eine kranke Situation. Nein, ich widerstehe. Wie oft will das denn noch hinstellen? Oh mein Gott. Schnell, das ist ein Abpack. Nein. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, wir müssen still noch einnehmen. Der fiegt, der fiegt, der fiegt. Der fiegt, der fiegt, der fiegt wieder. Oh mein Gott. Das ist doch auch gut, ich stelle ich dir. Holy shit. Wir haben gerade über 120 Kills zusammen. Wir haben 200 Leben in der Stellung. Hast du mal einen? Wir sind besser. Was brauchen sie? Von hinten. Nein, was für mich. Ich bin ganz weit. Den darf ich nicht verlieren. Nein. Der wieder schillt. Deine Stellung. Und das sind zwei natürlich vor dir. Zwei mit 120 Leben. Du kannst sie nicht töten. Wir sind perfekt, ne? Du kannst sie nicht töten. Nein, von rechts. Ich auch. Alter, was ist gerade passiert? Bruder. Danke, Runde. Also das war, ich glaube, das war die Runde, also das war die krasseste Runde bisher, meiner Meinung nach. Holy shit. Die war nicht schillt, ich war so drin. Alter. Fuck. Nein, wieder 69. Oh mein Gott, 69. Aber guck mal, die Gegner trotzdem. 40 zu 31. 36 zu 40. Die waren alle... Degas. Guck mal, wie der gecarriert hat mit der Erobungszeit. Tillinja. Ja, ja, 134 Sekunden. Holy shit. In einem Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir.